hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft skies wir kommen jetzt nicht voran man hat mir die dinge aufgestellt aber die sind noch nicht fertig solange die noch so glitzern geht da gar nichts okay und die bräuchten war um weiterzukommen ich zeige es mal eben und zwar was denn jetzt fertig und da hand da okay wo war das dane hier das amethyst mesh da brauche ich nämlich vier amethysten dafür damit es da weiter geht also dachte ich mir ich baue mal vielleicht so ne bottle of time also so ein ding kann ich nicht bauen weil ich brauche erst mal zwei uhren und 26 für jeden also noch in der pouches habe ich doch drei gebaut ok die muss man einzelne reinstecken und es geht nicht war sogar eine quest und noch mal club hat's gemacht so und jetzt contains 14 sekunden das ding eine sekunde 14 sekunden ist besser als nix ist okay ja zweifach speed 18 sekunden 17 16 komm 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 da schaffst du ok ok 2 1 0 zack höhling amethyst jetzt ist hier unten einer gespawrt ja egal ich muss dinger aber auf jeden fall funktionieren die hier auf den amethyst dingern das doch cool ich habe keine zeit dabei so was kann man denn noch machen erstmal hier gadget und gizmos ja ja oh 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 warte ähm das hier kann ich doch auch benutzen oder wie war das oder war das nicht so warte mal ne fast ist nicht das was ich will wie mache ich denn das mit dem hovering glas aber in our class das klingt doch auch irgendwie das ist von botanien aber ich habe das brauchte managel aber in klingen so ja es ist zu einfach zu bauen ok ja ja ok was gibt es denn hier eigentlich noch auch voll anwels weit in will ok warte warte das muss testen ja hier mit so magma blöcke mitgenommen ne fireball haben wir ja nicht ähm der hier ne das wird auch nix den hier den könnte ich bauen baue ich auch den baue ich auch warte und zwar ähm das ist auch in dem ok übergucken drei stück auch und ok wo kommt der hin hier so die working area und und an sehr gut was bin ich da durch random reward stimmt hatte ich das schon dumplings oder not eaten yet aha da war es von apotheosis aber klar kann hier drin muss noch mal das hier ausschalten ein punkt automatisch essen aus wenn ich das noch essen wenn es soweit ist ok den haben wir das haben wir gemacht und das habe ich gemacht sehr gut das das macht gerade gerade vorbehalten kann ich den zeugen mal wo ist der pylon wo ist der pylon wo war ich stehen geblieben eigentlich da ich die dinge dazu habe ich jetzt heute keine lust ähm endertank vielleicht ja den könnte ich bauen endertank den kann ich jetzt sogar nicht rein schiften jetzt nicht immer wieder den 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 ok was fehlt mir ein blazerot äh 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 wieso fehlt mir blazerot ne warte mal wo sind die vielleicht da hinten ne eigentlich nicht ne 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 warum waren denn im netter nicht auch ein paar blazes ne doch zum glück beide getroffen ja so kann man das auch sagen ähm 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 äh ähm endertank ne da ist er noch mal mit a a da ran so und jetzt muss ich mal gucken äh das denn ne nicht in der simulation chamber oder muss eine simulation chamber bauen dafür das ist eine weitere sorte dem obfälle okay dann weiß ich ja was ich bauen muss das ding laut moment ist bald hatte ich habe noch eine energie drauf geschmissen wollen so ok das wollte ich gar nicht da gucken ob das noch hier irgendwie hinpasst die sich ganzen schweine auf dem einen block tummeln die haben sie doch nicht mehr alle haben Und dann wieder Essen anmachen. So, darum geht nichts mehr hin, da kommst du jetzt dahin. So, please enter the data module, ein data module, okay. Data module, haben wir ja. Welches brauche ich denn für den Endertank? Ich brauche. Es geht mit, ja mit allem wie es aussieht, ne. Da brauche ich noch eine Recision Matrix, okay, die kann ich noch bauen. Die muss ja sowieso noch mit drin. Okay. Aber muss ich nicht erst jede Menge von den Pichern kaputt schlagen? Data module. Nehmen wir mal einen Zombie. Ich glaube, der ist eigentlich ganz gut. So, den kann ich jetzt da nicht reinpacken, oder? Die Dinger, müssen die nicht dahin wollen. Nee, gut, Zombie-Ren. Modell, ja, insufficient data model. Please enter the basic model operator. Und das heißt, muss Zombies verschlagen. Mit dem Ding im Inventar, glaube ich, ne. War doch so. Das werden die automatisch. Oh ja. Oh, hier ist aber echt brutal. Ja, die kleinen Viecher stehen da rum, ne. Ja. Wo kann ich denn da gefahrlos reingehen? Hinten? Loggen ist aktuell. Irgend? Ja. Achso. Achso. Ja, ich hab was vergessen zu bauen. Du müsstest, äh, warte. Da brauchen wir sicher. Äh, ätherische Glas. Das hatte ich letztens vergessen zu bauen. Das Glas, okay. Ja, da kannst du durchlaufen, die geh nicht raus. Ätherisches Glas? Hm, ich hab welches gebaut. Ah. glas genau was ist was eternal glas dass wir draußen bleiben die stadt worden die dinge sind noch an die puste blumen da oben wenn die datoren auf mescha und auf ok kommt hier nichts weil ich drin bin wir gehen mal jetzt weg ja ich bin so nah dran drei minuten dann müsste das ding volllaufen und auf sei das kaputt schlagen was du drin ist und erhoffen dass du es überlebt und bitte nicht mit disassembler da habe ich denn alles kaputt wir haben genügend schwerter getroppt oder ex das sind irgendwas in der größenordnung es ist so schwer nicht sein neun attack der menschen schon mal gut an was besseres neun attack man ja 1,78 sharpness soli das ist doch teleportation das brauche ich jetzt eher nicht was kann dieser knockback unbraving everlasting soulbound knockback elf attack damage wie knockback soul reaper sharpness sharpness everlasting ich probiere das aus was dann so mob fahren wir sind so aus ich komme ich wollte das nicht benutzen wollte das benutzen ja da kann man ganz schön schnell schlagen ich hatte mal aus das ding jetzt irgendwas mitgekriegt und schrift passt roms zombie villager junge ich will nur so ist er jetzt nichts ist doch an müsste doch irgendwas essen wie soll ich denn hier zombies kaputt schlagen da sind ja zum beispiel das ist nicht gut das ist sogar nicht gut schrift data per kill ends und was habe ich drin was sind die blöden zählen die schweine aus nur husks was ist denn da immer am meisten drin ja für wölfe gibt es ja nichts es wächst ist er da oben fertig man weiß es nicht ja ich geh mal ein bisschen ne mobfondel aufräumen ja ich hab nichts gekriegt ne so wie es aussieht data collected 0 von 6 echt irre loswerter fertig da brauche ich ja noch vier von den dingern oi 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 warum füttert der mich jetzt nicht dieser ruckersacke ist jetzt block eingeschaltet oder was ok gut ich weiß warum er mich nicht gefüttert hat das ist ja jetzt meine herzen hin da kommen sie wieder ist ja gleich noch essen aber ja sehr gut ne irgendwas funktioniert hier nicht jeden fall was mit gekillt ob irgendwie ist nicht das richtige sind keine zombies drin liquid xp ohne ende okay dann bedanken uns fürs zuschauen das war jetzt nix heute wir gucken morgen weiter gehabt gut und